Start up and sit down! Was geht? Freunde der gepflegten Videospielkunst und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Cyberpunk 2077 Video. Und ja, in diesem Video geht es hauptsächlich darum, euch einen weiteren Mod vorzustellen, den Arasaka Appearance Updater. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal ein Shoutout an Cyberpunk 20XX für sein Video, wie man die Achterbahn repariert und eine Runde mit der Achterbahn fahren kann. Es gibt nämlich in Pacifica, und ihr seid da ja öfter schon mal dran vorbeigelaufen, diese große Achterbahn, und die kann man tatsächlich fahren. Dafür muss man einmal zu diesem Spot, am besten oder am einfachsten ist das über die Grand Imperial Mall, über den Schnellreisepunkt, dann hier hinkommen. Und wenn ihr vor diesem Häuschen steht, was so ein bisschen wie so ein Kassenhäuschen aussieht, geht ihr einmal rum, die Rampe hoch, und dort seht ihr den Wagen. Da zeigt auch schon, ja, die Lupe, also einmal scannen, und wie man sieht, Hardware-Status, bisschen defekt, blablabla, let's go and repair it. Dafür geht ihr die Rampe wieder runter, geht einmal rum, zu dem Stromkasten, den könnt ihr dann reparieren, selbst wenn ihr keine technischen Fertigkeiten habt. Und jetzt, was repariert, geht wieder zurück, und genießt die Show. Einsteigen, und los geht's. Ihr macht das auch zusammen mit Johnny, der kann sich das natürlich auch nicht nehmen lassen. Und nach einer Weile geht das automatisch los. Die Leute, die das nicht interessiert, oder die das selber sehen wollen, indem sie es selber machen, die können gleich unten auf die Timeline klicken, wenn es dann weitergeht, mit dem Mod, den ich euch zeigen möchte. Bei allen anderen, genießt den Ride, und wir sehen uns gleich wieder. Oh, shit! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Johnny hatte Spaß. Eine wilde Fahrt und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich meine Oculus 2 hier nicht anschließen kann, um das in Virtual Reality zu erleben. Das wäre mal episch. Man muss halt ein bisschen warten, bis sich Wii wieder beruhigt hat, um dann aussteigen zu können. Und sobald wir ausgestiegen sind, switchen wir rüber zu dem Mod. Was der Mod macht, ist halt quasi eine der fehlenden Features, wie ich finde, bei Cyberpunk. Und zwar, ja, sowas wie ein Friseur zum Beispiel. Wenn man sich zum Beispiel am Anfang entschieden hat, ach komm, das passt halt ganz gut. Und ich nehme das einfach mal, aber im Laufe des Spiels dann halt sieht, oh, so ein Sidecut wäre natürlich super nice. Oder vielleicht ein Afro, den man gerne haben möchte. Man kann es aber halt im Spiel einfach nicht mehr verändern. Und was wir dafür brauchen, ist zum einen ein, ja, ein Speicherstand, am besten ein Quick Save. Und wir schauen uns den Charakter nochmal an. Rote Haare, Straight Cut, ordentlich geschnitten. Das sieht ganz interessant aus. So, dann öffnen wir einfach den Arasaka Updater. Und ich schiebe den mal eben rüber. Das ist er. Und was man mit ihm halt machen kann. Man kann zum Beispiel die Haare verändern. Ihr müsst dabei gedrückt halten, damit das Fenster auch offen bleibt. Und dann geht ihr einmal durch die Haare. Ja, die Dreads sind ganz funny. Oh je. Oh je. Und wenn ihr dann quasi gefunden habt, wonach ihr sucht, ähm, könnt ihr quasi auch dann die anderen Einstellungen alle ändern. Nehmen wir zum Beispiel die Augen. Hier ist halt das Problem, dass man keine direkte Änderung sieht. Leider. Das wird noch geändert und angepasst. Ähm, was man theoretisch machen kann. Man könnte ein neues Spiel starten, einen neuen Charakter erstellen und sich dann einfach merken, welche Augen, weil die ja auch quasi, äh, mit Zahlen abgebildet sind, welches Augenpaar ihr dann doch lieber hättet auf euren Main-Charakter. Ne, das gleiche mit dem Mund, ähm, die Ohren oder, äh, wenn ihr halt, äh, die Nase umgestellt habt, um das wieder zurückzustellen. Und dadurch, dass ich beim Erstellen weder was an diesen Werten verändert habe, ähm, dadurch kann ich sie auch hier jetzt gerade nicht ändern. Wenn ihr aber, sagen wir mal, am Mund was eingestellt hattet, am Kinn oder an der Nase, dann stehen euch diese Regler auch zur Verfügung. Ähm, das gleiche mit den Augenbrauen. Hier seht ihr es dann, oder könnt ihr euch zumindest vorstellen, wie diese Augenbrauen dann aussehen. Wie wir sehen, ich hatte hier so Schnitte dazwischen. Und wir nehmen mal jetzt mal so ein paar buschige. Bei der Cyberware können wir das auch mal komplett ändern, bei etwas, wo ich sicher bin, dass ich es nicht hatte. Und zwar ist es das hier. Gesichtstattoos hatte ich an meinem Charakter zum Beispiel auch keine. Dann nehmen wir mal dieses. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das gleiche ist halt auch, hier sind halt Xe, weil ich nichts, äh, angepasst habe. Leider, wenn ihr da keine Änderungen gemacht habt, oder wenn ihr da nichts eingestellt habt, werden die nicht angezeigt. Aber, habt ihr eine Änderung gemacht, sind die anzeigbar, und dann könnt ihr das auch entsprechend anpassen. Ähm, das ist halt dann genau wie hier. Ihr seht dann so, ja, wie so ein Screenshot, wie es dann aussehen wird. Aber nicht an eurem eigenen Charakter. Aber es wird definitiv auf eurem Charakter dann eben angepasst sein. Hier hatten wir, glaube ich, nehmen wir einfach mal 5. Piercings, weiß ich, hatte ich ganz normal nur ein paar O-Ringe drin. Übertreiben wir mal ein bisschen. Hacken uns das Gesicht zu. Und dann drücken wir auf Update. Einmal auf Update gedrückt. Kennt ihr das ja von Windows, seid ihr sicher? Ne, also hier sagt er halt, okay, wir sind bereit. Also machen wir das jetzt auch. Und hier dann seht ihr, dass ihr das quasi wieder umkehren könnt. Das könnt ihr aber nur, solange ihr das offen habt, die Änderung gemacht habt. Und, ähm, wenn ihr dann quasi das abgeschlossen habt, ihr schließt das Programm, wenn ihr eröffnet es und habt gesagt, ja, ne, ich möchte doch meinen alten wieder, dann müsst ihr das leider von Hand machen. Wichtig ist auch, in der Regel findet er den Speicherpfad für eure Autosaves oder eure Saves automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr dann natürlich nachsuchen. In der Regel gibt er euch das dann vor. Dann sucht er euch den Save raus, den ihr extra dafür gemacht habt. Und klickt dann auf Load, damit der Charakter auch geladen wird. So, wir haben diese Änderung gemacht. Wir haben es deployed. Und jetzt müssen wir den Charakter einmal laden, damit wir die Änderungen sehen. Ne, wie wir hier sehen, hat er noch nichts geändert. Und, ähm, das ist Autosave 4. Hier, quasi an diesem hier, den laden wir mal fix. Und das überspringe ich natürlich, wir sehen uns nach dem Ladebildschirm wieder. So, wir haben den Spielstand jetzt geladen. Und wenn wir jetzt mal gucken, nehmen wir den Helm ab, nehmen wir die Maske ab. Ist genau das eingestellt, was wir im Arasaka-Updater gemacht haben. Und das bleibt auch. Ne, das heißt, wenn ihr jetzt mit dem weiterspielt und ihr seid happy mit dem, was ihr hier habt, äh, könnt ihr speichern, laden und das bleibt. Und so habt ihr eine easy Möglichkeit, ähm, wie gesagt, euren Charakter dann nochmal anzupassen, wenn ihr vielleicht noch nachträglich irgendwelche Änderungen machen wollt. Vielleicht RP-technisch, wenn ihr euch einen mit Glatze ausgesucht habt. Ihr seid einen gewissen Bereich im Spiel, habt einen gewissen Quest-Fortschritt, dass ihr euch dann Haare macht, so, dass wenn ihr das im RP-Stil spielt, quasi die Haare mit euch wachsen. Oder, dass ihr euch mehr Piercings zulegt. Und ich finde das eigentlich eine geile Sache. Und das ist auch etwas, wo ich sage, was halt dem Spiel auch so ein bisschen fehlt, ist halt so ein Friseur, Barbier, ähm, der euch ermöglicht, euer Ansehen entsprechend, oder euer Aussehen entsprechend anzupassen. Dieser Mod macht das für euch. Ich finde das ziemlich nice. Ähm, auch hier ist es wieder, oder, äh, muss man halt sagen, es ist natürlich alles so ein bisschen Beta noch. Die Mods kommen jetzt nach und nach raus. Und die werden natürlich immer weiter verbessert, immer angepasst. Und ich finde es halt richtig gut, ähm, dass es diesen gibt. Ich hatte auch schon gelesen von den Mod-Machern, wie gesagt, dass die Augen demnächst dazukommen, ähm, dass die versuchen werden halt auch euren Charakter, dass ihr das direkt sehen könnt. Ähm, das Ganze auch ein bisschen einfacher zu handeln ist, obwohl er schon ziemlich einfach zu bedienen ist. Ähm, aber da kommt noch mehr. Ich werde euch den Link, wie immer, unten, äh, in die Beschreibung packen. Wichtig ist auch zu sagen, ihr müsst den nicht in den Mod-Ordner schieben, wie bei den anderen Mods, die ich gezeigt habe. Das ist ein selbstlaufendes Programm. Das heißt, einfach runterladen, entpacken, die Exe starten und los geht's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Mod auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, lasst mir einfach mal einen Kommentar, was ihr von dem Mod haltet. Brauchen wir sowas im Game, statt uns da auf externe Programme verlassen zu müssen? Habt ihr Bock gehabt bei der Achterbahnfahrt? Ähm, ich verlinke auch nochmal den Kanal von Cyberpunk 20XX äh, für das Original-Video. Und ja, in diesem Sinne, denkt daran, lasst einen Daumen da, schmeißt ein Abo rein und wir sehen uns wieder bei einem der kommenden Cyberpunk-Videos. Haut da rein und ciao! Outro Untertitelung des ZDF, 2020